Hier ist ein Schauspieler. So, nach einer kleinen Pause geht's weiter. Ähm, wo haben wir stehen geblieben? Ach ja, genau. Wir müssen, glaube ich... Wir sind immer noch auf der Suche nach dem Prof. Ähm, ich weiß immer noch nicht genau, wie ich das mit der Ähnlichkeit mit dem Schauspieler erklären soll. Aber was? Ein Porträt von mir malen? Oh! Sie zeichnen auch Porträts? Ja, schnell und leicht verdientes Geld. Ich hätte gern eins von mir. Sehr gern, wenn du 5 Pfund und 20 Minuten deiner Zeit erübrigen kannst. Na klar. 20 Minuten ist besser. Das ist toll, danke. Haben Sie wirklich gut hinbekommen. So. Tja, jetzt habe ich zumindest mal... Oh, das sieht gar nicht mal so schlecht aus. Dann mal eben... Sie haben ziemlich gut getroffen. Es ist so auf die Distanz und im kleinen Format, muss ich sagen. Das sieht echt schick aus. So. Ähm... Hm. Jetzt könnte ich natürlich den Barkeeper fragen, ob er das im Pub aufhängen will. Ich meine, irgendwo bin ich ja auch so eine kleine Berühmtheit, nicht wahr? Ich wüsste nicht, wie er mir im Moment weiterhelfen könnte. Nein. Warte mal ganz kurz. Okay. Ähm... Hm. Gute Frage. Ich glaube, ich unterhalte mich nochmal mit den Leuten. Ich meine, was ich nämlich gerade eben auch gesehen habe, dass der Künstler von mir ein Porträts war mir neu. Halt. Die Verkäuferin. Warte mal ganz kurz. Ich rede mal mit der. Hallo. Jetzt. Nach Langtree Fragen. Nach Krimi Fragen. Kennen Sie den Film Tatort Jersey? Was für eine Frage. Den habe ich mir gleich zum Film statt im Kino angeschaut. Ach ne. Dann wissen Sie sicher auch, wer die Hauptrolle gespielt hat? Natürlich, Sweetheart. Wie könnte ich das nicht wissen? Trevor Byrne. Ein großartiger Schauspieler. Trevor Byrne. Gut aussehend. Ich muss mir den Film noch mindestens drei weitere Male anschauen. Danke. Damit haben Sie nur mehr geholfen. Na gut. Nach Trevor Byrne Fragen. Die Hauptrolle in Tata Jersey spielt Trevor Byrne. Stimmt's? Stimmt genau, Sweetheart. Was für ein Mann. Ich liebe ihn. Da wäre ich jetzt nicht drauf gekommen. Ich muss dann mal das aufnehmen. Ein hartgesottenes Groupie. Äh. Ja. Hm. Jetzt mal mal gucken. Ich habe gesagt, ich bin mir hundertprozentig sicher, dass der hier an der Wand hängt. Das kann mir aber wahrscheinlich nur der Barkeeper sagen, oder? Fotos von mehr oder weniger prominenten Gästen des Pubs. Ich kenne nur diese Sängerin hier und den Sportler da. Darf ich sie nochmal stören? Aber klar doch, junge Dame. So, nach Trevor Byrne Fragen. Perfekt. Kennen Sie den Schauspieler Trevor Byrne? Sicher, junge Dame. Dort hängt ein signiertes Foto von ihm. Nein. Er war mal ein Schauspieler, aber lang vor meiner Zeit. Geil. Kann ich mir das Foto mal ausprobieren? Ich wollte fragen, ob ich mir wohl kurz das Foto von Trevor Byrne borgen darf, Sir. Um Himmels Willen nein, junge Dame. Das sind einmalige Sammlerstücke. Es wäre auch nur für ein paar Minuten. Ich bring's dann sofort zurück. Nicht mal für eine Sekunde, junge Dame. Mist. Sowas doofes. Du bist so blöd. Ich mach mich dann wieder auf die Suche. Und ich drücke die Daumen, junge Dame. Dann brauchen wir eine Alternative. Ob vielleicht der Künstler bereit ist, mir zu helfen, indem er das Bild abzeichnet? Hm. Gute Frage. Ich hoffe doch. Hallo. Hallo. Kennen Sie Trevor Byrne? Wissen Sie, wer Trevor Byrne ist? Nicht, dass ich wüsste. Ach verdammt. Wohnt er auch hier in St. John? Nein, er ist Filmschauspieler. Mist. Ähm. Kommst du vielleicht mit in den Pub? Warum? Hier könnte das reinpassen. Komm mit in den Pub. Du musst mir ein Bild abzeichnen. Kennen Sie den Film Tatort Jersey? Bedauere. Ich bin kein großer Kinofreund. Na. Bis später. Wiedersehen. So. Mal gucken, was der Fischer mit dem Namen anfangen kann. Das wusste er ja vorher nicht. Ähm. Ahoi Captain. Ahoi Lütte Sporte. Nach Trevor Byrne Fragen. Dieser Schauspieler, Trevor Byrne, der aus dem Film, der hier gedreht wurde. Wie sieht der eigentlich aus? Hahaha. Woher soll ich das wissen? In der Zeitung war noch kein Bild von ihm. Und Filme? Schau ich mir nicht an. Ja, aber im Pub hängt er durch. Oh. Dann bis später Captain. Hoi. Verdammt. Okay. Bild kann ich immer noch nicht ausleihen. Äh, ja, 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 ja. Die Frau da. Vielleicht. Aber sie hält halt auch nichts von Kinofilm. Ja, bla. Sag mal. Kennen Sie den Schauspieler Trevor Byrne? Der Name sagt mir nichts. An welcher Bühne spielt er denn, Kindchen? An keiner. Er ist Filmschauspieler. Film? Kein Wunder, dass mir der Name des Herrn nicht geläufig ist. Der Film, der hier gedreht wurde, heißt Tatort Jersey? Das ist richtig, Kindchen. Ich wollte nur noch mal nach Professor Langtree fragen. Wie ich dir schon sagte. Diesen Namen habe ich noch nie gehört, Kindchen. Diesen Namen habe ich noch nie gehört, Kindchen. Damit hilfst du mir nicht weiter, meine junge Dame. Ein vielseitiger Künstler. Neben Landschaften und Stillleben malt er auch sehr hübsche Porträts. Mist. Die Verkäuferin. Vielleicht kann die mir ja weiterhelfen. Ich glaube es zwar nicht, aber... Nach Langtree fragen. Nach Lang-Ree. Lang-Ree? Ich dachte, da kämen wir einen Tee nach. Um noch mal auf Langtree zurückzukommen. Sorry, nie gehört. Ja, aber das sieht aus wie Trevor Byrne. Meinst du das nicht auch? Hauptrolle in Tardot Jersey spielt Trevor Byrne. Stimmt's? Stimmt, genau so wie es hat. Was für ein Mann. Ich liebe ihn. Da wäre ich jetzt nicht drauf gekommen. Hm. Ich muss dann mal wieder. Und, Sweetheart? Das ist blöd. So, Gemälde ist ja das. In die Stadt kann ich nicht. Und die Stadt kann ich bald wieder. Hm. Ach, wir können auf uns alleine aufpassen. Wir brauchen Dad nicht. So. Äh. Puh. Habe ich eine Möglichkeit. Äh. Fehlt ein Stift, ne? Hat jemand einen Stift parat? Hat jemand einen Stift gesehen? Irgendwo? Ausgang? So, Dart spielen kann ich auch nicht. Mensch, ich würde gern... Äh. Ein Foto von Trevor Byrne. Glück muss man haben. Äh. Was? Du willst mich doch nicht etwa bestehen. Äh, nein. Entschuldigung. Ich wollte mir das nur kurz ausborgen. Auf keinen Fall. Häng das sofort wieder hin. Muss ich ihn ablenken oder was? Moment. Unomomento. Ach, verdammt. Verdammt. Der Geldbeutel der komischen Lady. Wie kommt der denn in meine Tasche? Das Medaillon mit dem Bild meiner Mutter. Ich trage es immer bei mir. Moment. Was ist... Die Gelegenheit ist günstig. Ich vertausche mein Porträt mit dem Foto von Trevor Byrne. Geil. Mega. Ha. Ha. Ja, gut. So. Superb. Ähm. Soll ich ihn jetzt trotzdem das Bild malen lassen, oder? Äh, warte mal. Äh, zuerst mal den Fischer. Zuerst mal den Fischer. Halt. Wobei, warte mal. Nicht nicht so, sondern das Bild gleich mal zeigen. Achso, das geht nicht. Okay, mit einem Künstler kann ich es verwenden. Also kann er es doch abzeichnen, oder was? Könnten Sie sich bitte mal das Foto hier anschauen? Ist das dein Professor? Nicht ganz. Das ist ein Schauspieler. Aber Professor Langtree soll ihm sehr ähnlich sehen. Hm. Mehr zu du es sagst, das muss dieser Mann sein, der jeden Nachmittag herkommt, um Besorgungen zu machen. Mit seinem Ruderboot legt er immer da drüben am Kai an. Heute war er noch nicht da. Du musst also nur hier auf ihn warten. Vielen lieben Dank. Sie haben mir sehr geholfen. Dann bringe ich jetzt das Autogramm von Trevor Byrne besser wieder an seinen angestammten Platz. Mein Porträt brauche ich nämlich noch. Und dann warte ich, bis Professor Langtree kommt. Hm. Das klingt nach meinem Plan, junge Dame. Mir ist auf einmal so schwindelig und übel. Ob ich den langen Flug nicht vertragen habe? Hm. Ich könnte das natürlich auch fragen, wie alt warst du nochmal? So. Wer das verstanden hat, der darf sich gerne in den Kommentaren melden. Ja? Mein Name ist Anna Brunner. Oskar Brunners Tochter. Sie erinnern sich doch an meinen Vater? Er hat Ihnen damals Fotos von der Schatulle der neuen Welten geschickt. Kommen Sie mit. Wir rudern zu meinem Domizil. Dort können wir ungestört reden. Ich übernehme das, Sir. Kurz drauf. Mitten auf Ursee. Sie wurde die Mann großen bedauern zerstört. Aber ich konnte die Forschungsergebnisse meines Vaters retten. Er hatte an den Verzierungen eine bis dato unbekannte Substanz entdeckt. Aha. Das erinnert mich an eine Passage aus der Edda. Gott Tor bringt in der Schatulle der neuen Welten die Kraft der Götter zu den Menschen. Warum haben Sie meinen Vater um diese Fotos gebeten? Woran haben Sie geforscht? Ich wollte anhand der Fotos die Runentexte auf der Schatulle entziffern. Dabei fand ich aber noch etwas anderes. Eine Karte, nicht wahr? Richtig, mein Kind. Eine erstaunliche Entdeckung. Gibt es doch kaum überliefertes Kartenmaterial aus dieser Zeit. Auch die Runen selbst waren... ungewöhnlich. Was meinen Sie mit ungewöhnlich? Ich konnte sie zwar entziffern, aber der Text ergab keinen Sinn. Als ob er verschlüsselt worden wäre. Nur der Begriff Asgaror war klar und deutlich zu lesen. Asgard. Eine Karte, die den Weg nach Asgard weist. Ich wusste es. Immer diese besserwissenden Frauen. Naja, gut. Was sind... Oh, das sieht aber sehr gemütlich aus, muss ich sagen. Ja. Fühlen Sie sich ganz wie zu Hause? Ich hole die alten Unterlagen aus meinem Arbeitszimmer. Ach mei, du bist viel zu gut für uns. Wie fühlst du dich? Ganz okay. Mir ist nur ein bisschen schwindelig. Meine Güte. Du hast ja bestimmt seit Ewigkeiten nichts mehr gegessen. Mal schauen, was ich hier so finden kann. Einige Minuten ist bitte. Ich weiß auch nicht, warum ich das in diesem Auktion vorlese. So, hier. Ich hoffe, es schmeckt. Da ist doch alles drauf. Oh, mein Salzgericht. Wusste gar nicht, dass man so was bei der Armee lernt. Und ich wusste gar nicht, dass du mal nichts weißt. Hier, Dad. Für dich. Alles Liebe zum Geburtstag. Oh, Schatz. Du hast es nicht vergessen. Hey, danke. Na ja, ich dachte, für deinen ersten Geburtstag, den wir zusammen feiern, muss es schon was Besonderes sein. Das ist, damit du mich immer bei dir haben kannst. Ach, Schatz. In Zukunft ist hoffentlich immer die echte Gwen bei mir. So. Genug. Der gefühlste Zerei. Der Professor ist wieder da. Was ist das? Zuerst dachte ich, es sei Teil der Verzierungen. Aber dann fiel mir auf, dass es genau in die kreisrunde Vertiefung auf der Schatulle gepasst haben muss. Es markiert bestimmte Runen und dient vermutlich zum Entschlüsseln des Textes. Leider ist es zerbrochen. Die andere Hälfte fehlt. Die hier? Wo hast du das her? Es lag in der Schatulle. Faszinierend. Es passt. Jetzt kann ich den Text auf der Schatulle endlich entschlüsseln. Das wird aber ein Weilchen dauern. Kein Problem. Dann sollten wir uns so lange aufs Ohr legen. Ich denke, wir können alle eine Mütze voll Schlaf brauchen. Ja, ich ehrlich gesagt auch. Ich habe aber auch noch ein bisschen was an Aufnahme vor mir. Man kommt morgen nach Hause. Gwen. Du zitterst ja. Mir ist kalt. Ich mache dir einen schönen heißen Tee. Kann doch nicht so schwer sein. Was brauche ich zuerst? Also zumindest mal soll das Endprodukt kein leerer Teller sein, mein lieber Freund. So. Wir brauchen... Äh... Äh... Ja... Das da? Okay, das da? Nein. Hä? Jetzt wird gleich. Achso, ich muss das nur anklicken, ne? Äh... So wird Tee nicht gekocht. Wie war das nochmal mit der richtigen Zubereitung? Naja, so normalerweise hast du erstmal einen Wasserkessel. Nein. So wird Tee nicht gekocht. Wie war das nochmal mit der richtigen Zubereitung? Also... Moment, was haben wir denn? Gefühltes Tee-Ei. Gefühlt... Achso. Gefühltes Tee-Ei. Jetzt wird gleich. Jesus Gott, ne. Ähm... Die Tasse, ne? Und dann... Achso. Und dann erst das Tee-Ei. Als Brite muss man so etwas im Schlaf können. Ja, ich bin kein Brite. Ich... Ich habe daheim, äh... So... Teebeutel. Die machen wir erst in die Tasse rein und dann gießen wir das heiße Wasser drüber. Verdammt. Hier, mein Schatz. Danke. Daddy... Mom fehlt mir. Ja... Mir fehlt sie auch. Also es gibt in diesem Fall nicht mal eine leere Tasse, sondern sogar... Gar nichts. Ich hab's geschafft. Mit dem Schlüssel war's ganz einfach. Und? Sie werden es nicht glauben, aber die Schatulle wurde aus dem Holz Yggdrasils geschnitzt. Und die Runen beschreiben tatsächlich den Weg zu den Wurzeln des Weltenbaums. Asgard. Die Erwähnung Yggdrasils und vor allem die Karte zu seinen Wurzeln ist aus historischer Sicht sensationell. Bisher gibt es kaum schriftliche Überlieferungen oder kartografische Darstellungen der Wikinger. Nach meiner Theorie hat die Kirche im Zug der äußerst brutalen Christianisierung Skandinaviens alle Karten und Schriften gehortet, um zu verhindern, dass irgendjemand anderes Zugriff auf dieses unschätzbare Wissen erhält. Leider lässt sich der Weg nach Asgard durch die Schatulle allein nicht erschließen. Aber es ist sehr wahrscheinlich, dass in der Abtei auf Gotland, wo man die Schatulle gefunden hat, auch die fehlenden Hinweise verborgen wurden. Es besteht zumindest eine gewisse Chance. Werden Sie uns begleiten? Nein. Und ich sage Ihnen auch wieso. In den verschlüsselten Texten habe ich eine sehr seltene Rune entdeckt. Und? Ich fürchte, sie ist Verheißung und Warnung zugleich. Sie kann für das Elixier des Lebens stehen. Aber auch für... Ja? Ragnarök. Der Weltenbrand. Passen Sie gut auf sich auf. Ragnarök, auf den Shit stehe ich. Cool. So, was ist denn hier los? Sind wir auf einem Traumschiff?